Musik Der Lockdown hat die Gastronomie noch fest im Griff. Die Restaurante bleiben zu. Dass es trotzdem ein kulinarisches Angebot gibt, verdanken wir all den Takeaways und Lieferdiensten, die eine grosse Palette von kulinarischen Leckerbissen bereitstellen oder ausliefern. An der Hauptstrasse in Aesch hat es vier Betriebe, die ihre Spezialitäten täglich frisch zubereiten. Wir machen auf jeden Fall Takeaways und Hauslieferungen. Wir liefern alles eigentlich von fast über 40 Pizzasorten. Wir haben zu jedem Pizza ein Salat und ein Getränk gratis bei der Lieferung. Und wir haben auch Teigware, Chicken Nuggets, Pommes, Veggie-Produkte, Dessert übliche. Ja, das was eigentlich eine Pizzeria liefert, haben wir mehr als genug. Während des Lockdowns bieten wir Takeaways an. Und wir haben natürlich auch die Zeit genutzt, um ein paar kleine Umbauten zu machen und Kleinigkeiten zu renovieren. Hier kann ich Ihnen erstmal den neuen Besitzer vorstellen. Das ist der Michael, der hat das übernommen. Ja, also ich bin der Michael, bin 27. Und ich bin jetzt seit dem 1.1. der neue Besitzer vom Restaurant Tipo. Wir machen das Takeaway von Montag bis Sonntag, jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Wir bieten Pasta, Fleischgerichte, Salate, Pizza an und können Sie telefonisch bestellen oder auch auf unserer Homepage können Sie das alles sehen. Im Lockdown bieten wir selber gemachte Pizza. Bei uns ist alles immer frisch, gerade vor der Theke. Wir haben Fastfood-Menüse wie Kebab, Dürüm, Pommes frites. Wir haben aber auch Mexikanische, Burritos, wir haben Amerikanische, wir haben Italienische. Wir haben also wirklich ganz eine weite Variation von Fastfood-Menüse, die man bei uns vor Ort abholen oder auch heimliefern lassen kann. Am Andlauer Ring bei der Harley Garage steht ein Nimmbestand, der vietnamesische Küche nachher springt. Wer da sein Essen abholt, wird nicht enttäuscht. Die Pro 51 bietet eine schmackhafte Küche mit exotischer Textur. Frisch, farbig, herzhaft zubereitet und geheimnisvoll gewürzt. Eine tolle Abwechslung im Alltag. Das Restaurant Rebstock in Pfeffingen trotzt den Schwierigkeiten sehr erfolgreich und kocht mit Herz für die Bevölkerung von Aschpfeffingen. Wir bieten Take-away an. Wir machen einen Lieferdienst, wir liefern noch Kässe und Pfeffingen. Der Anklang ist sehr gross. Man sieht, dass die Leute da sind. Hier werden die traditionellen Menü ausgeliefert. Wie ist das angekommen? Die Leute haben angeläutet, sie sind begeistert, dass wir so dranbleiben und das machen. Wir kriegen ganz viele Komplimente und es motiviert uns so weiterzumachen, das anzubieten und freuen uns eigentlich doch wieder bald wieder neu starten dürfen, wieder im normalen Rahmen. Ich mache es dann zum Beispiel mit dem Äpfel- und Pfeffingen nach oben. Das ist nicht so sehr. Ich mache es dann wieder auf den Himmel. Ich mache es dann zum Beispiel für dem Äpfel ausgeliefert. Vielen Dank.